Musik 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 Also heute Morgen ist ein schwarzer Mercedes hier, die untere Saarlandstraße in Richtung Essen gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache ist er plötzlich nach links in den Gegenverkehr gekommen und dort frontal mit einem Passat zusammengestoßen. In den Fahrzeugen waren mehrere Personen, insgesamt sieben, die alle verletzt bzw. schwerst verletzt worden sind. Musik 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 Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020